Der Einsatz der weltweit ersten Polizeirobotereinheit rückte 2016 in den Fokus der Welt. Massen fallen lassen, sie sind festgenommen. Vincent Moore ist ehemaliger Soldat. Das Problem an künstlicher Intelligenz ist, dass sie viel zu unberechenbar ist. Dion Wilson, dem Schöpfer der Scouts, steht eine blühende Zukunft bevor. Was mich interessiert, ist eine Maschine, die denken und fühlen kann. Ich habe einen Roboter, der gelenkt wird von einem denkenden, menschlichen Wesen. Den wollen wir nicht. Der ist teuer, groß und der ist hässlich. Die Scouts sind ein Riesenerfolg. Investieren Sie nicht zu viel Zeit in Ihre Hobbyprojekte. Ich habe es geknackt. Das ist eine neue Art von Lebensform. Ein neuer Schritt in der Evolution. Du bist Chappy. Chappy. Er ist ihr, ein Kind. Er muss lernen. Alles, was du im Leben tun willst, kannst du tun. Chappy will malen. Wow. Was in Gottes Namen. Dein kleiner Roboter ist ein großes Problem für mich. Ein denkender Roboter bedeutet das Ende der Menschheit. Zerstören Sie diesen Roboter. Verbrennen Sie ihn zu Asche. Etwas sehr Gefährliches ist auf dem Weg zu uns. Ich will nicht sterben. Ich will leben. Wenn du überleben willst, Chappy, dann musst du kämpfen. In der Innenstadt herrscht Chaos. Jetzt, wo die Polizeiduiden sich abschalten. Du hast meinen Gott zu weh getan. Du denkst, du bist real. Damit kommst du nicht durch. Erst was Besonderes. Ich hab ein Bewusstsein. Ich bin lebendig. Ich bin Chappy. Ich hab ihn. 300 Meter vor uns. Langsam näher. Haltet in sichere Entfernung an. Also Männer, das Ziel sieht aus wie ein Polizeiscount. Aber ich versichere euch, dass er das nicht ist. Lasst euch nicht von ihm einschüchtern. Er ist schlau wie eine Kanalratte. Also voller Angriff. Okay? Verstanden. Verstanden. Hey! Chappy, wenn du in der Gang sein willst, dann musst du cool sein. Wie Daddy. Sieh mal, wie Daddy läuft. Wie cool er ist. Du musst ein Gangster sein, Chappy. Du musst ein Gangster sein. Ja? Muss cool sein. Nicht lachen. Ich bin cool. Du bist cool. Selbst wenn du nur Waffe ziehst, dann musst du cool sein. Buh! Los, versuch's. Tu's. Ich kann keine Menschen nicht erschießen. Was? Ich kann sie nicht erschießen. Sie haben mir nichts getan. Und wie willst du mit uns den Überfall machen, wenn du keine Leute erschießt? Ich kann keinen Überfall machen. Ein Überfall ist ein Verbrechen. Das hab ich versprochen. Ja, ja, ja. Alles okay. Hey, machen wir uns später darüber Gedanken. Ich mach das, klar? Du. Wenn jemand respektlos zu dir ist, dann kannst du auch ohne Knarre was gegen ihn tun. Was ist das, Daddy? Richtige Gangster benutzen das hier. Los! Nicht schlecht für mich. Nicht schlecht. Was soll der Scheiß jetzt? Der sieht voll sauer aus. Hippo! War nicht unsere Schuld. Na los, mach hinten auf. Scouts! Scouts! Ihr wurdet verfolgt! Springladung finden! Sie haben Sprengladung gezündet. Weiß es, Scouts! Wir haben kein freies Schussfeld, wir gehen runter. Brücke aus. Waffe fallen lassen. Ma'am, hören Sie, das ist Dion's Werk. Das Werk eines gefährlichen Wahnsinnsprogramms, das er geschrieben hat. Und gestern Nacht kam er mit dem Scout hierher. Und der hat ein Bewusstsein. Und haben Sie das gesehen? Haben Sie das mitgekriegt? Ich habe es ihm untersagt. Okay, das ist viel schlimmer, als einen Fehler zu machen. Lassen Sie uns doch die Situation ausnutzen, damit ein anderer Roboter glänzen kann. Tun Sie es. Danke, ma'am. Zerstören Sie diesen Roboter. Danke, ma'am. Verbrennen Sie ihn zu Aschen! Los geht's! Only the lead programmer has access to it, and it has to be used in conjunction with a login code. So, is it safe to be? Well, I think this is a good position for us, but the weight is actually... You're not going to hurt it. I'm not going to attach it. Solid-State lasers. The entire moose, 95% of the moose, is made here, assembled here. Blah, 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 blah. You know what I mean? Like, try to get him, like... So, it goes from, like, as opposed to being on your back foot, it's like you're actually trying to pitch it to him. Okay. We've been tremendously successful at bringing down the camera. Yeah, guys? Yeah. Hey, hey! Hey! Where's the scout? The scout man, uh... Action. So, is his head a whole other setup? Okay. No, it's on his porch. You having a baby, mate? No, mate, listen, don't be such a wows. I'm just an engineer talking to another engineer asking for the guard key. Engineer? Weren't you a soldier? No, it's funny. I'm only joking. Look, 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 um... Yeah, it's funny. I'm sorry. You'd have to tell the board of directors you want it off. It's been two years at DARPA. You whacker. Yeah, I was S.A.S. Sticky pig. I'm not going to believe this. I think I've cracked it. The world's first proper, full artificial intelligence, strong AI, if you can call it that, program. That would be the... I can fix this. Oh, God. Will you please just let it go? Yeah. This is all the work of Dion. It's all the work of some filthy rogue program that he's been riding last night. He brought a droid in here. It was sentient. I saw it with my own eyes. Completely sentient. And do you know about this? Have you seen this? I mean, imagine the profits if we get the moose into production. I mean, the margin is through the roof. You know that. Plus, this blasphemous robot has got to be crushed, destroyed, before any more damage is done. Ready and action. Why? You know what? What? Go, go, go. Go. Go, go, go. Go, go. Okay, all camera set, Neil going to position now. Okay, Kloon coming in guys, just ignore that. Okay, Kloon coming out. Amen. Is there some other place we can plug another cable in? Yeah, we can plug other stuff in. So we should do, like, maybe three cables. So he's pulling them back. He puts everything back in the diagnostic box and shuts it. Okay, here we go, here we go. All cameras set. That's it. Here we go. So Gron, when we do that, let's try to separate them. Yeah.